Heute machen wir ein How-To von Eti als Flyer-Out nach Dakota. Der erste Schritt ist, ihr geht auf Wetter-Komm und guckt nach der Luftfeuchtigkeit. Und wenn die Luftfeuchtigkeit jetzt stimmt, dann klappt das mit Entschröhungen jetzt. Der zweite Schritt ist, ihr holt Papier und steckt das, wenn ihr euch links rum seht, ins rechte Pack. Wenn ihr euch links rum seht, ins rechte Pack und wenn ihr euch rechts rum seht, ins linke Pack. Wenn ihr keine Packs habt, geht das auch nicht. So. Dann, der dritte Schritt, das ist der wichtigste. Ihr holt euch einen Handschuh, nicht zwei, einen. Einen, sonst klappt das nicht. Und den zieht ihr noch an. Wenn ihr das gemacht habt, das ist auch der wichtigste Schritt. Ihr spuckt auf euren linken Griff. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das verteilt ihr dann schön. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das ist gerade so flutscht. Sonst geht die Drehung nicht. So. Dann fahrt ihr auf die Quota zu. Seht ihr die Quota. Finde ich. Ihr fahrt auf die Quota zu. Springt raus und dreht euch 180 Grad. Wenn ihr direkt auf dem ersten Versuch klappt, gebt ihn auf. Ihr müsst auf dem ersten Versuch sitzen. Wenn ihr nicht auf eins geht, vergesst es. Wir brauchen ihn nie wieder zu übe. Ist immer so. Okay.